Heyo, was geht? Ähm... Heute machen wir mal ein One Piece Quiz Ja, lass uns so sehen Ähm... Ja, let's go Und... Play Halt, stopp Komm, ein bisschen lernen Ähm... Okay Wom geht's nicht mit dem Piece überhaupt? Ich kann mal den Balken rum oder so sehen Ich muss den Spitznamen erkennen können Von Wompis-Charakteren Okay Was haben wir, Wüstenkönig? Dämon Bamboo hab ich schon nie gehört Searching of Death Chirurg glaub ich heißt es, gell? Ich guck das zu, das kann es Ja, B Okay Hm... Ah, Teufelskönig Ah Hm... Was ist die Spitzname, Mann? Hm, was haben wir noch? Phoenix, Marco Nami Die Mager... Kat Burgler Ich weiß nicht, was das heißt Burgler Magier Magier Ich bestimmt nicht Begitta Auch nicht B Ist am ehesten Die Diebin Die Diebin heißt es glaub ich, oder? Weiß nicht Hm... Feuerforst Ace Hm... Hm... Oh, 30 geht, komm noch Hm... Hm... Piratenjäger C Zorro Prima Hm... 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 Roter Richtig Läuft gut Läuft gut Läuft gut Läuft gut Schwarz... Schwarzer Käfig Gründer Löwe Die Sache Die Sache, die... Die nagt mit, äh... Flaming glaub ich nicht gesehen, richtig Da komm mir ja vor Hm... Goldene Löwe kann sein, aber... Oder Flammen... Kaiser Ne, Flammenkaiser ist jemand anderes, oder? Hm... B Ich glaub ich mein erster Fehler AC Ich hab ja die Feuerfrucht genommen Falkenauge Ist sie Ich kenn die überhaupt nicht mal sehr richtiger Namen Achso... Achso... Miho Stimmt ja Hm... Hm... Was haben wir hier? Strohhut Teufel... Prinz... Ja... Strohhut Hm... Schwarzfuß... Ah... Okay... Hier... Piraten-Prinzessin... B... Piraten-Prinzessin... B... Prima... B... Das ist ein Spitzname... Ja... Ich glaub nicht, dass er so ein Spitzname hat, oder? Guck mal... Ich sag mal B... Ich will das nicht der zweite Fehler sein... Oh, richtig. Glück gehabt. Soul King. C. Samurai de Meere. B. Wetter. Wetter, glaube ich. Jep. Iron Man. Ah. Ich weiß nicht, was Schießer heißt. Ich glaube, ich heiße Lügner, oder? König der Scharfschützen. Glaub ich nicht. Ich habe es nicht gesehen. Samurai de Meere. Zweiter Fehler. Buddha. Wetter. Ah. Hm. B. Der dunkle Schild ist da, glaube ich. Oh. Geht ein Fehler, Buddha. Hm. Wüsten König. D. Macht aber mir jetzt einen Sinn. Der dunkle König, ja. B. Der dunkle König, ja. B. A. Treffer. Treffer. Hm. Der Magier, glaube ich. B. Ja. Puh, den kenne ich gar nicht. Schau mal bitte. C. Ist zu spät. Na egal. Vierter Fehler. Schneefrau. C. T. Ah. Du Schwinde. B. Fünf Fehler. G. popular. Gott sei Dank, ich doch ein Fehler. Das war gerade nur. Nicht nur. A. Glaub ich. Ja, die kann gut rompfen. B? Ich weiß nicht, was das ist. Brauchst du Glück gehabt. Okay, fünf Fehler. Naja. Ist okay. Ich kann drüber merken. Ja, das war's mit dem Fist. Entschuldigung. Ich habe euch das Video gefallen, wenn der Video bleibt. Abonniert mich, wenn ihr es so nicht habt und wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Video. Bis dann, tschüss.